Ja, Mahlzeit moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meiner kleinen Achterbahn des geilsten Hobbys der Welt. Ein neuer Tag, eine neue riesengroße Wahnsinnsfahrt, eine Runde, eine riesengroße Runde mit der CB Honda. Ich habe es vor vielen, vielen Videos schon mal angeteasert, dass ich mit der Honda an die Ostsee fahren will. Und heute, am 22. Juni, ist es endlich soweit. Ich fahre jetzt auf die Autobahn. Und jetzt geht man ab nach Kühlungsbahn an der Ostsee. Ach, so ein verdammter Mist aber auch. Wie man sicherlich hören konnte, ist die Mikrofonqualität wirklich unter aller Sau von diesem 13 Euro Amazon Lavalier Mikrofon. Das hat mir wirklich einige schöne Aufnahmen versaut. Und aus diesem Grund auch vertone ich das jetzt hier nach. Vor mir liegen ca. 400 Kilometer Strecke, eine Hälfte Autobahn, die andere Hälfte Landstraße. Und jetzt wünsche ich viel Spaß bei meiner größten Motorradausfahrt bisher. Ich finde diese Brücke auf der R14 über die Saale immer wieder total schön. Und hier habe ich beim Ton wegen dem Wind so einen Anti-Wind-Filter drüber gelegt. Deswegen hört sich das auch später im Video hin und wieder mal so ein bisschen stumpf oder matt, würde ich das beschreiben, an. So, erste Pause nach 180 Kilometern geschafft. Hier gab es das eine schöne Tankstellenbockwurst mit Senf und eine Pinkelpause. Die nächste Pause wird sein... Ja, Tankpause wird die nächste Pause sein. Wo bin ich denn überhaupt hier? Lütheritz. Der nächste große Ort ist Stendal. Und nach Stendal geht es dann weiter über die B189. Irgendwann wieder auf die R14. Und dann irgendwie auf die Autobahn nach Schwerin. Mal gucken. Ich habe mir hier aufgeschrieben, wie ich fahren muss. Und dann ein, zwei Orte vorm Urlaubsort muss ich dann anhalten und schalte dann mein Navi ein. Tankstopp Nummer 1. Ich weiß nicht, wie vielte Pause das gerade war. Ich glaube die dritte. Der hat aber mal den Stromkasten schön. Schön weiter arbeiten. Ich habe Urlaub. Noch nicht, aber ich bin bald da. 119 Kilometer noch. Wir sind da. So, ich hätte gesagt, die kleine Honda hat das mehr gesehen. Können wir wieder nach Hause fahren, oder? Ja, ab nach Hause. Und natürlich direkt zu weit gefahren, ne? Wir sind ein Stück zu weit gefahren. Wir sind hier rein. 100 Meter. Also ich muss sagen, ein sehr motorradfreundlicher Parkplatz. Nicht. Ja, wir halten das mal hier an. Wir sind da. Am Hotel. Wir haben es geschafft. Wie viel sind wir jetzt gefahren? 423 Kilometer bin ich gefahren. 15 Kilometer ziehen wir ab für Verfahren. Also falsch gefahren. 13,5 Liter Benzin verheizt. Durchschnittlich 76 kmh gefahren. Mit einem Durchschnittsverbrauch von 3,2 Liter. Das war ganz gut eigentlich. Das ist eigentlich ganz schön hier. Guten Morgen. Heute beginnt Tag 2 meines Urlaubs. Oder besser gesagt, der erste richtige volle Urlaubstag. Weil gestern war ja nur Anreise. Heute fahre ich nach Stralsund. Das sind ungefähr 110 Kilometer. Mal schauen, was da so abgeht in Stralsund. Und wenn ich dann in Stralsund bin, werde ich wahrscheinlich auch noch über die Rügenbrücke nach Rügen fahren. Mal schauen. Tankstopp Nummer 2. Wenn die anderen Richtung fahren müssen, dann hätte ich die Eisenbahn sehen können. Schade. Das hier ist der Warnow-Tunnel. Und wenn wir aus dem Tunnel wieder rausfahren, dann muss ich die Maut bezahlen. Das sind 4,40 Euro jetzt hier. Was wir jetzt hier machen. Also was ich hier mache. Hier durchfahren. Das sind 4,40 Euro. Die Fähre wäre 3,60 Euro gewesen. Bis dahin weiß. Das sind 3,50 Euro. Das sind 4,50 Euro. Bis dahin sind. Das sind 3,50 Euro. Wir schauen, was haben wir dann dieses closely veril셨어요. Also is das Sauce. hallo genau tschüss schönen tag was das schuld gibt es auch hier in deutschland als ob auf nach stralsund ich fahre jetzt über die rügenbrücke die ist 2800 meter lang also tschuldank ist das schön hier hier honda brücke wertstoffhoch tankstelle ich hätte nicht gedacht dass ich heute wieder 400 kilometer fahre über 400 also ich weiß jetzt schon wenn ich zurück bin es sind neue reifen und die inspektion sowas von notwendig und fällig und tüfen ist dann auch fällig wunderschön hier wie aufs hennere war also ich habe es fast bis cap acona geschafft ich war auch schon dort also in dem ort vor ist und ich wusste gar nicht ich habe mich natürlich nicht darüber informiert vor cap acona ist dann ein großer parkplatz wo man parken muss und dann muss man die restlichen anderthalb kilometer dahin laufen also da habe ich keinen bock drauf ich habe keinen bock anderthalb kilometer in den klamotten dahin zu latschen die da vorne auf der adventure tourer da vorne die haben beide ein sena dran ich überlege ob ich jetzt einfach mal auf meinen sena drücke zum verbinden und ein bisschen den leuten auf den sack gehe das ist doch schön sowas also warum nicht ne ich mach das mal ich müsste die leute da vorne bloß mal dazu bringen jetzt auch auf ihr sena zu drücken funktioniert leider nicht geht keiner ran bitte drückt da einfach mal selber drauf und dann können wir uns verbinden dann können wir miteinander reden das ist doch schön sowas oder nicht schade klappt halt es kann halt nicht immer klappen es sieht so schön aus hier und so toll mit diesen bäumen hier ich habe irgendwie das gefühl dass ich hier gar nicht mehr in deutschland bin sondern in keine ahnung Kalifornien oder so wo es da auch so Bäume gibt oder Teleriffa aber es ist schön mal hier gewesen zu sein Vorsicht Autorwechsel ich war auch draußen bei den Otten gewesen das waren so süße Tiere gewesen die hatten auch schon Babys gehabt ich war auch draußen bei den Otten gewesen das waren sehr süße Tiere gewesen die hatten auch schon Babys gehabt aber die Babys die habe ich nur ganz kurz gesehen und ich wollte auch gerne so ein Otten mitnehmen aber leider ging das nicht und die beißen auch die Otten guck mal Honda du siehst das Meer genau wie ich es haben wollte die kleine Honda soll das Meer sehen die Hey, guck mal, da ist er ja! Wie sehr geil aus dieser AGV-Cursa. Das war ein sehr guter Kauf von der Optik her. Tankstopp Nummer 3. Wie krass das hier aussieht. Das könnte ein Thumbnail werden. Alter, sieht das geil aus hier. Ist das herrlich. Bilanz des heutigen Tages. Ich bin zurück in Kühlungsborn und bin noch gleich am Hotel. Der heutige Tag. Heute war die längste Motorrad-Tor, die ich je unternommen habe. Mit 430 km in etwa. Ich bin ja heute gefahren nach Stralsund. Dann einmal kreuz und quer durch Rügen. Hoch bis fast hoch zum Cap Acona. Und dann wieder durch Rügen zurück. Über Stralsund. Und dann zurück nach Kühlungsborn. Und das waren heute rund 430 km. Morgen werde ich mal gucken. Werde ich auf jeden Fall, werde ich definitiv nicht so viel fahren. Langsam reicht es so wirklich. Was ich jetzt mache, weiß ich jetzt noch nicht. Ausruhen, denke ich mal. Und dann essen gehen. Und dann geht es morgen weiter. Einen wunderschönen guten Morgen. Ey, das gibt es ja wohl nicht. Leute. Komm. Idioten. Sollen halt weiter über den Fußweg ausweichen. Das kann wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis die fertig mit Quatschen sind. Ja, ich weiß. Ich fahre hier bloß gerade in T-Shirt und kurze Hose. Heute sind halt einfach bloß 30 Grad. Und ich habe keinen Bock hier Kombi anzuziehen. Und außerdem fahre ich eh bloß ein paar Kilometer. Hier im Ort. Zur Post. Und dann will ich mit der Eisenbahn fahren. Mit der Molli-Eisenbahn. Nachdem ich gestern nun über 400 km gefahren bin, werde ich mir heute Arvenger Chill-Tag gönnen. Ich werde mit dem Linkspunkt mit dem Zug da fahren. Nicht mit diesem, sondern mit dieser Dampflok. Molli-Eisenbahn. Danach werde ich zum Karls Erdbeer Erlebnishof fahren. Nach Rövershagen. 40 km ungefähr. Dort Mittag essen. Und mir diesen ganzen Hof mal wieder angucken. Ich war da vier Jahre lang nicht. Vielleicht doch irgendwas überteuertes da kaufen. Ich weiß schon was. Und dann werde ich nach Rostock-Warnemünde fahren. Eventuell der Hafenrundfahrt machen. Da bis 18 Uhr bleiben, weil dann ein Kreuzfahrtschiff ausläuft. Genau, das mache ich heute. Das ist der Tagesplan für heute. Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung, wie weit wirklich diese Strecke hier einmal durch diesen Ort ist. Dieser Hurensohn da vorne hat gerade seine Scheibe sauber gemacht und ich habe die Wichser abgekriegt. Na, hau bloß ab du. und dazu weiter. Baus zu? Na, hau bloß ab du see careers dämbar du an. Das war's für heute. Ich lasse die Kamera jetzt laufen, bis ich aus Kühlungsbohren raus bin. Ich hatte jetzt innerhalb von drei Stunden zwei Banar-Unfälle. Einmal an einer normalen Kreuzung mit Stoppschild, wo ich Vorfahrt habe. Und da überfährt jemand das Stoppschild oder fährt zurzeit los und zwei, drei Meter haben noch gefehlt zu mir. Und dann hier auf der Strecke, da stand dann eine Frau vor mir und die musste dann ein Stück rückwärts fahren, damit es in ihre Einfahrt reinkommt. Und hat wahrscheinlich nicht gesehen, dass ich hinter ihr stehe und da haben wir noch ein paar Zentimeter gefehlt, bis sie auf mich vorne drauf gefahren wäre, beziehungsweise sie mir vorne drauf gefahren wäre im Rückwärtsgang. Und beide Male habe ich keine Kamera angehabt, das triggert mich ein bisschen. Aber jetzt fahren wir erstmal zu Karls, Mittagessen, das ist gleich 14 Uhr. Scheiß Gangschaltung. Kalboks Kommro du sind deine viecher da weg sonst fahre ich drüber das merke ich gar nicht was hat denn die fähre da oben drauf was ist das denn das nennt man rotorsegel dieses rotorsegel dreht sich während der fahrt durch den wind und das soll auf der fahrt zwischen rostock und geht für drei bis fünf prozent treibstoff einsparen tankstopp nummer vier habt ihr das gesehen ein grüßender gs fahrer ohne scheiß an der ostsee haben mich gefühlt alle gs fahrer gegrüßt die ich gesehen habe ich wusste gar nicht dass der auch so ein e-highway für eine kapitel ist die sehen so tief hängt aus und ob ich die mit der hand anpacken könnte aber die sind halt wir sind in hamburg die honda gelandet zusammen mit motorrad und auto bin ich über 30.000 kilometer gefahren aber sowas habe ich auch noch nicht erlebt jetzt stehe ich hier und ich muss ich warten und die ganzen leute da hinten nach hinten auch bis wir hier vorbeifahren dürfen keine ahnung was das problem von denen da vorne ist es geht weiter wunderbar tankstopp nummer sechs tankstopp nummer sieben tja genauso wie das video ist auch mein urlaub jetzt zu ende in den drei vollen tagen an der ostsee plus jeweils einen tag für an und abreise bin ich über 1900 kilometer gefahren und habe dabei rund 56 liter benzin verheizt ich werde definitiv nächstes jahr wieder mit dem motorrad in den urlaub fahren und vor allem mit einem besseren mikrofon aber wo es hingeht in den urlaub das weiß ich bis jetzt noch nicht ein sehr großes danke geht an alle leute raus die sich das video bis zum schluss angeguckt haben bis zum nächsten mal macht es gut auf wiedersehen hier kommt mein allerbester rad nimm doch die schluss jetzt bis zum nächsten mal